Damit die Signale der Eisenbahn kein Buch mit sieben Siegeln für Sie bleiben, hat Fiesmann für den Modellbahnanfänger, aber auch für den versierten Modellbahner das 202 Seiten umfassende Nachschlagewerk in der bereits vierten Auflage herausgebracht. Hier erhält Modellbahner allumfassende Informationen rund um das Thema Signale. In diesem Signalbuch lernen Sie die Signaltypen des Vorbildes und als Modell kennen, erfahren, wie man Signale vorbildgerecht aufstellt und sie mit Hilfe des umfangreichen Zubehörprogramms von Fiesmann angeschlossen und verschaltet werden. Sehr informativ auch das Vorwort des Buches mit der Überschrift Signale damals und heute, eine kurze Geschichte der Eisenbahnsignale und Weiterentwicklung in Deutschland, dargestellt in der jeweiligen Epoche der Bahn. Mit den Signalbegriffen geht es dann ins Eingemachte. Wenn Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, können Sie sich getrost bei der Bahn als Lokführer bewerben. Im Buch erhalten Sie auch eine Menge Tipps zur Vorbild- und modellbahngerechten Aufstellung auf Ihrer Anlage. Großen Raum widmet Fiesmann dem Kapitel elektrische Bauelemente digitaler Betrieb und Steuerung der Anlage einschließlich eines automatischen Betriebes mit Pendelzugsteuerung. Viele Grafiken und Bebilderungen helfen dem Neuling, aber auch den bereits schon länger tätigen Modellbahner Probleme nicht erst entstehen zu lassen beziehungsweise einen perfekten Betrieb mit der Hilfe umfangreicher elektronischen Fiesmann-Bausteine auf seiner Anlage hinzubekommen. Umfassende Verkabelungspläne und viele Ideen für Schaltmöglichkeiten und ein Grundkurs zur Elektrik sind ebenfalls in dem Buch enthalten. Neu im Signalbuch sind unter anderem Anwendungsbeispiele der neuen Spur-Null-Signale. Informationen über die modernste Decoder-Generation und Wissenswertes über die Geschichte der Digitaltechnik runden dieses umfangreiche Wissenswerk ab. Für den Nostalgiker unter Ihnen ist auch ein interessanter Bericht über die Arbeit in einem mechanischen Stellwerk der Deutschen Bahn enthalten. Das Signalbuch ist für Wechselstrom, Gleichstrom und Digitalbahner gleichermaßen geeignet. Es ist farbig gedruckt und enthält zahlreiche Abbildungen. Mit diesem Buch erwerben Sie ein Nachschlage- und Wissenswerk allererster Güte. Daumen hoch und Kaufempfehlung für dieses Buch von mir. In Gedanken sehe ich auf meiner Anlage A-Loks, die Güterzüge oder Schnellzüge ziehen oder ICEs, die elegant über meine Hochbrücke rauschen und im nächsten Tunnel verschwinden. Tja, Träume sind was Schönes. Ich habe da nur ein Problem. Bei mir fahren keine E-Loks oder ICEs, weil ich mich bisher nicht an den Bau einer Oberleitung herangetraut habe. Also bleibt es ein Traum. Keineswegs. Fiesmann lässt mit dem Oberleitungsbuch, dem Modellbahner, der den Bau oder das Nachrüsten mit einer Oberleitung plant, nicht im Regen stehen. Mit dem 138 Seiten starken und reich bebilderten Oberleitungsbuch in vierter überarbeiteter Auflage bekommt Modellbahner Wissensvermittlung zur Geschichte der Oberleitung und es gibt Anregungen zur Vorbild- und modellbahngerechten Aufstellung. Sehr hilfreich ist die Einführung in die epochengerechte Beschreibung der Oberleitung, als Basiswissen sozusagen. In den weiteren Kapiteln des Buches werden die Oberleitungskomponenten vorgestellt, einschließlich mit Tipps sowie Anleitungen zum Aufstellen der Masten und Leitungen unter Verwendung von Hilfsmitteln und Werkzeuge dazu. Umfangreiche Skizzen und Bilder helfen dabei, Fehler beim Aufstellen zu vermeiden. Mit diesem Werk von Fiesmann bekommen die Modellbahner auch eine perfekte Übersicht der angebotenen Artikel epochengerecht leichter zu. Besser geht es nicht. Das angebotene Oberleitungssystem ist auch für den nachträglichen Einbau auf Ihrer Anlage geeignet. Selbst für das Einhängen der Oberleitung müssen Sie keinen Lötkolben bemühen. In diesem Oberleitungsbuch finden Modellbahner viele Antworten auf Fragen wie das Verlegen der Oberleitung im Tunnel oder das Planen der Anlage mit Oberleitung mit Windrack. Und derjenige, der einen Betrieb mit Stromabnahme aus der Oberleitung plant? Kein Problem, auch mit diesem Thema wird Modellbahner nicht im Regen stehen gelassen. Die benötigten Artikel sowie das Zubehör, das Sie zum Bau und Verlegen der Fiesmann-Oberleitungen benötigen, ist dem jeweiligen Arbeitsschritten detailliert aufgeführt. Hut ab vor diesem Buch kann ich da nur sagen. Damit ist der Bau einer Oberleitung auch für den Laien problemlos zu bewerkstelligen. Übrigens, das Miwula in Hamburg verwendet auch Fiesmann-Oberleitung auf ihren Schauanlagen. Das Oberleitungsbuch gilt für die Baugrößen H0, TT und N. Es ist die richtige Lektüre für Planung und Aufbau einer professionellen Oberleitung für Ihre Anlage. Das Buch sollte in keiner Sammlung der Modelle Eisenbahner fehlen. Daumen hoch und Kaufempfehlung von mir.